Ein herzliches Grüß euch wieder bei den Old Gamers, und zwar mit Gülli Grüß und mit dem Knechti. Grüß euch. So, weiter gehts kurz einmal, mit einem Baum hätten wir noch. Ja. Er lacht schon wieder. Und den werden wir jetzt auch gleich einmal umwerfen, das kommt ein bisschen höher. Schauen wir einmal, ob er dort hinfällt, wo er will. Na ja. Ja, da möchte ein Vogelhäisel draufsetzen, weißt? Ok. Jetzt wird er einmal unheimlich, aber es macht nichts. Vogelhäisel. Ja. Ah ja, ok. Der jammert sich zu Tode. Da hast du noch einen vergessen. Aber gar nicht. Da sind wir ungefähr da, da. Ja, ja. Da. Wenn wir schauen, ob schneller gehts, jetzt hat er die Kransteuerung umgestellt gegenüber von dem letzten Mal. Da sprechen kann ich nichts, aber ich werde mich bemühen. Kram hinter mir. Wo ist denn hier zu der Name? Wo ist denn hier zu der Name? Ich bin eigentlich der Freund normal vor dem Bum-Bum-Gerät, aber mach nichts. So, du das. Du darfst mich wieder chauffieren, bitte. Na ja, das habe ich mir fast so gedacht. Draufgekommen ist auch wieder die Stützen ausfahren, gell? Ich habe einmal gemerkt. Und warum geht der jetzt nicht zurück? Ich weiß es nicht. Atopieflenkung, Atop-Control, aus. Warum fährt er nicht zurück? Jetzt geht er. Er hat kurz gestreckt, ja. Schauen wir einmal. Jetzt tu das wieder ein. Geh. Ich bin am kleinen. Ja, es geht viel schneller. Ja, ja. Ja, hochheben. Aha, er rutscht. Dann einfach hinterher auf das Messer gehen. Kommst du raus? Ja. Der ist doch ein bisschen schwer. Nein, was habe ich gesagt? Es kann doch wieder ein bisschen länger dauern. Warum geht der jetzt so langsam? Das weiß ich nicht. Hochheben. Nicht schwenken so wild, Christian. Hochheben und einziehen. Hochheben. Auch immer mehr rüberheben. Nein, das wird so nichts. So hängst du ihn wieder daneben. Um eine andere Richtung. Andere, mehr, mehr. Jawohl. Nicht rauslassen. Einziehen, einziehen, einziehen. Nein, nein. Lass ihn so. Der rutscht nicht. Warte. Ja, ich kann nicht zurückfahren. Das ist unmöglich. Nein, weil du stützt ihn unter. Nein, ich glaube, das ist zu schwer. Abwe, abwe. Der arme Steirer. Naja. Naja, du musst auch zwei Pamelonen. Und der rutscht schon wieder. Wie gesagt, das... Jawohl. Jetzt hast du den Heger heben können. Ja. Nein. Jetzt müssen wir ihn auslassen. Schau, nimm ihn und sind Vierer. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Vierer von Grauen. Oh, wenn man da dabei denkt. Jetzt weiß ich jetzt auch noch nicht, aber ja. Nein, nein, nein. Du hast den verkehrten. Jetzt. Obe. Zange, zange, zange. Jawohl. Jetzt nehmen wir ihn gescheit. Und zange zurück. Zurück. Obe und... Warte, warte, warte. Wer sagt das? Warte. Nein, ich weiß es nicht. Nein, du weißt es nicht, weil du fährst nicht. Ja, genau. Geht gleichzeitig. Vierer. Jetzt auslassen. Pass aus. Auslassen. Jawohl. Jetzt nehmen wir den nächsten. Hast du die Kransteierung verkehrt eingestellt, oder? Ich weiß nicht. Warte, immer zurück, vierer, zurück, vierer. Ja, wahrscheinlich. Du hast ihn schon wieder zu weit gefahren. Ich hab' schon gesehen. Wieder verkehrt. Herr Herz, ich hab' da geholfen. Geht her, Obe. Ich hab' jetzt nichts getan. Ich hab' jetzt nichts getan. Ich hab' jetzt nichts getan. Ich hab' das nur einmal gemacht. Bis jetzt hab' ich einziges Mal gegriffen. Ich fahr' nur mit der Maus mit der Ding. Siehst du, der rutscht nämlich. Geht her. Geht her. Ja, die eine passt noch auf. Wie tut und der untere kleine auch. Uwe. Nach hinten. Jetzt schon ausfahren. Ein bisschen enorm. Ausfahren. Schwenk um. Schwenk um. Schwenk um. Schwenk um. Ja, und jetzt drehen wir. Schwenk. Genau. Wichtig. Ein bisschen um. Schwenk um. Und den anderen legst du jetzt da in die Mitte rein, was du jetzt bist. Gell? Schaut ja. Oha. Hätt' er bald angelernt. Hätt' er bald angelernt. Weih. Du bist daneben. Siehst du nichts? Ja. Ich bin in den Bäumen drin gewesen. Die Kamera vertraut. Ja. Tickel, fahr her zu mir noch. Nein, heb auf. Und fahr zu mir. Fahren aus. Nein, heb auf. Ausfahren. Nein verkehrt. Andere Richtung. Ja. Ich will ja. Nein. So, Fiere. Jetzt runter. Noch ein bisschen Fiere. Aber ich finde, es wird mir jetzt einmal nehmen. Gut. Einfach. Einfach, sieht man es ja. Ist ein Buggefall, aber macht ja nichts. Lange ist hin. Nachbar gefreut sich. Ich bin höher. Höher. Ja, jetzt fahr um. Jawohl. Bisschen drehen. Nein. Eine andere Richtung. Jetzt verlierst du ihn gleich. Drehen noch. Andere Richtung. Es geht nicht anders, weil du Sachen blockiert. Aber die Seiten haben wir immer nicht gemacht. Ja. Aber die Seiten haben wir immer nicht gemacht. Das ist ganz gut. Ja. Und dann runter lassen. Ja. Ja runter nicht. Susenhaus. Ja, ist oben. Die Bahn kann ich schnell anbringen, da habe ich schon, jetzt hat er es wieder aufgemacht. Leg ihn gerade ein bisschen runter, da passt auch die Stützen rein, die Stützen sollte einfahren, jawohl. Nehmen wir da den Baum ein bisschen, ich weiß nicht, ob wir nicht die Spannkurt weggemessen kurz. Warum? Weil es ein bisschen viel tauchen gut tut. Ich schaue einmal, ob es geht und wenn nicht, muss die Spannkurt weg. Ja, Spannkurt weg. Ich lade es nicht mehr. Geht schon. Fahren wir gleich. Nein, geh weg, ich möchte die Spannkurt. Der fährt nämlich runter. Der liegt nicht gut. Ich sehe es. Geht eh nicht. Geht schon, gib sauf. Geh fahren. Ich bleibe gleich umstehen. Ja, wo gehre ich denn hin überhaupt? Kannst du mir das verraten? Im Sägewerk. Ja, wo ist das? Das hast du schon vorher sicher auskundschaftet und weißt, dass das irgendwo am... Boah, der Schwede. Hast du dir Gedanken gemacht, wie man da rauf kommt? Ja, fällt zehn runter. Links. Gut. Man sieht sich dann im nächsten Leben. Ich glaube, das habe ich ja gar nicht geschaut, was das überhaupt ist. Ein bisschen lüftig ist dahinter, aber es macht nichts. Das macht nichts. Dein Kaperl wirst jetzt... Wir sind umschalten kurz aufs Lenkerl. Ah. Du mach bitte auf, dass wir sagen können, wann wir hinfahren. Awe, awe. Ja. Okay? Ja, gerade, gerade. So, wir sind jetzt 80 PS unterwegs. Und jetzt gehören wir da rechts. Und da vorne ist irgendwann der Weg aus, gell? Wer ist sicher auf der Quark? Und da? Wo sagst du, da vorne ist der Weg aus? Ja, vorne, vorne. Vorne, vorne, vorne. Vierer. Super. Die Strichlierung hören schon auf. Und da durch, bei unseren Schrothändler. Ja. Da vorne, dann bitte rechts. A, links. Da wo sie jetzt? Links, 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 links. So, gerade. Da, oi, da. Und jetzt immer der Nase entlang. Du, da weißt du, mich einmal suchen, gell? Du kannst anschieben, was du willst. Ich hoffe, dass das noch schneller wird. Weil der Wind kann... Das ist jetzt aber nicht stark. Wir fahren gerade mit 8 kmh, 10 kmh. Aber das wird ja in der Folge nicht mehr mehr ausgegeben. Das muss ja gleich sein. Das ist weit. Aber auch schöne Gang. Heute wird ein bisschen überzogen. Die nachfolgerten Sendungen verschirren sich. Alter, du theaterst mit allem was rein. Nein. Nein, das war... Ja, ja, ich weiß, was das war. Ich hab die Idee noch gehabt, wir bringen sie einfach noch bei den Steirer aus. Das war natürlich... Ja gut, das ist der Rückgewung, der Kleine. Das hat er ausgemacht, wir schneiden noch ein paar am Weg. Weil wir hätten ihn dort nicht gebraucht. Aber ich mach den nicht. Der war schief. Du hattest das gesehen. Kehrt's eh noch grad weiter. Ja. Kehrt's eh noch grad weiter. Ja. Da kehrt's noch einen Kilometer grad weiter. Das mit 12 kmh. Das sind schöne Wiesen, schau. Ja, ich hab's schon gesehen. Ich hab ja eine gute Aussicht dahinten. Die könnten wir tatsächlich auch noch kaufen. Wenn wir mal sehen, was wir für die Bäume kriegen. Aha, da ist ein Feld. Haben wir das auch gefunden? Das ist Feld 16. Das gehört uns? Nein, das gehört eh uns. Gehst du deine eigene Auto gar nicht? Nein, da ist ja nichts neu gebaut. Soweit sind wir noch nicht gekommen, glaube ich. Oh, ich laufen weder. Wir werden unsere ganzen Fans verkaufen, wenn sie alte Steirer kaufen, hm? Ja. Ich war gleich dafür. Eine 6 Meter Gruppe. Und einen 8-späßigen Steirer, ja. Gut? Gut, Weiler? Ja, ja. Super. Und da hättest du keinen Kürzern weggeben? Nein, da gibt es keinen Kürzern. Weil dann könnten wir gar nicht fahren. Dann können wir wirklich andauern. Mal verinnern an sich. Ein bisschen. Wow. Hörst du? Ich hock da hinten drauf. Nein, du stehst. Irgendwie stehst du da hinten drauf, wie ein bisschen angemacht. Aber ja. Du sollst die 4 schauen und nicht bei der Tür. Ich schau eh 4. Aber bei 7 kmh, kann ich mal die Idee anschauen, Hörst. Kann man das Hinterteil anschauen? Jetzt weiß ich nicht. Geht da irgendwo ein rechter Weg weg? Oder was? Super. Ja. Weil wenn wir so weiterfahren, sind wir bald Mappe Ende. Ja. Wäre vielleicht vorher schon einer rechts weggegangen? Nein. Okay. Ich wiss jetzt nicht wo, wenn ich ehrlich bin. Ich weiss auch nicht. Und die Karten zeigt mir eigentlich nichts mehr an. Die Karten zeigt nichts mehr an? Nein, außer dem Weg. Leute, ich muss mal kurz auf das schauen. Kannst du mir ruhig vertrauen? Äh. Da können wir dann noch lange weiterfahren. Gut. Es hätte dann viel einfacher einen Weg gegeben. Ich habe mir das ungefähr so vorgestellt. Wir fahren halt einmal rund um die Map. Um den schönen Wald zu sehen. Da haben wir auch einen schiefen Baum. Langsam. Langsam. Warum? So. Da geht ein Weg weg. Seht ihr das? Jetzt ein Kluft. Ja. Ja, da können wir rein. So. Und jetzt nochmal. Ja, genau. Rechts. Rechts. Aber da sehe ich keinen Weg. Ja, da musst du links fahren. Da musst du links fahren. Das Problem ist, dass da kein Weg nicht geht. Rechts. Ja, aber ein paar Meter weiter war das Segelwerk. Ja, und dann kommen wir nicht rein. Ich habe das gehört. Wir fahren da nämlich mit der Kira ums Kreuz. Das habe ich da schon vorher gesagt. Warte nicht. Aber so lernen wir die ganze Map kennen. Also kommen erst oben hin. Ja, und erst rechts. Ja. Anders geht es auch nicht. Der Navigator steht hinten oben und schaut in die verkehre Richtung. Ui, 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 ui. Halt die Stützen in der Hand. Warte, wir umschalten. Auf die Stützfüße. Wie weit ist es noch im Segelwerk? Nein, da geht ein Stückchen in der Grasfüße. Und da muss irgendwann rechts ein Weg weggehen. Oh, da willst du noch Skifahren. Dafür fährt vorher schneller. Ja, dass wir schneller umfliegen. Wenn sie mir da alles auslösen, das finde ich die nicht mehr haben. Ja, die Pizzegewerke. Jetzt müsst ihr dann rechts wegkommen. Geht schon. Ja, ich stehe die ganze Zeit viel am Gas. Da, kommt er weg. Da, 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 da. Da. Jetzt geht es ja nicht aus. So ruckstimmen kannst du auch nicht. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Da probieren wir es einmal mit Schwung. Schau das an. Schau. Schau wie die Arbeit. Das nennt man Realismus. Und wie weit geht es da jetzt runter? Autontisches Sägewerk. Leute, ich glaube wir sind ein Sägewerk. Ja, ein paar Pammer habe ich mir gedacht, muss ich mitnehmen. Wir sind in den Sägewerk angekommen. Und wo gehört das jetzt hin? Wo gehört das jetzt hin? Wo ist das E-Sieg? Ein Intriger. Da. Ein Gute lösen. Herr Christian. Unter dem Knopf drücken. Nein, 7000 Euro haben wir auch gekriegt für die Bergtour. Und 4000 Euro haben wir ein Sprit verfahren. Und 3000 Euro verlangt auch für den Rückkehr. Gut meine Herr Gluck. Das haben wir jetzt auch geschafft einmal. Dankeschön fürs Zuschauen. Und nicht vergessen, lasst einmal ein Like da. Daumen nach oben. Facebook haben wir auch unsere Seite. Mittlerweile ist es gleich wieder an. Ich sag tschüss, Baba von mir da mal. Bitte, Baba.